Liebe KI-Talkerinnen, jetzt habe ich gerade die Aufgaben hochgeladen für unser nächstes KI-Tool-Battle. Was habe ich hochgeladen, damit ihr es nochmal seht, hier in unser Recht und KI-Talk für Juristinnen hochgeladen. Die Aufgaben, die seht ihr jetzt gleich hier und das bedeutet, es ist natürlich jetzt ein bisschen Text hier zu lesen, aber den habe ich euch auch gleich dran getan, nochmal als PDF. Ja, worum geht es am Mittwoch? Am Mittwoch geht es letztlich darum, dass wir wissen wollen, wie kann die KI Gutachten schreiben, juristische Gutachten. Das ist unser Anwendungsfall und das heißt, die Antwort soll sein, wie gut kann KI arbeiten, welcher Workflow ist wichtig, sinnvoll, welches KI-Tool soll man nehmen und natürlich, welche ganz konkreten Prompts sind hier einfach anzuwenden. Schaut euch das dann drei Schritten an, also Termin vormerken und eventuell auch vorbereiten, also die ganz guten, die haben das vorher schon mal ein bisschen getestet. Falls auch ein KI-Tool an dem Abend schwächelt, technischer Art, dann den Anwendungsfall anschauen und den zugrunde liegenden Unfallfall angucken. Auch wenn es nicht eure Fälle sind, ja, also auch wenn ihr kein Straßenverkehrsrecht macht, ihr könnt das alles übertragen auf eure normalen anderen Fälle auch. Dann probiert einfach mal die Beispielsprompe aus. Ihr habt hier die Möglichkeit aus meinem Buch, das kurz vor Weihnachten rauskommt, KI-Jurist werden in 14 Tagen. Habt ihr einfach die Möglichkeit, hier schon mal zu gucken, also der Anwendungsfall ist drin von unserem Bernd Zimmermann. Der muss ja ein Gutachten schreiben. Und wie sieht euer Kanzlei-spezifisches, euer Aufbau eines Gutachten aus? Genau, ich habe hier mal so einen Grundaufbau reingetan und er fragt sich halt einfach letztlich genau, dass er hier, wie kann man sich bei der Gutachtenerstellung als Jurist helfen lassen durch die KI. Durch schlechte Prompts natürlich nicht, also einfach reinschreiben, schreiben wir ein Gutachten, so ein Fall geht nicht. Durch unstrukturierte Prompts geht es schon ein bisschen besser. Hier seht ihr ein paar Beispiele. Strukturierte Prompts, die werden so ein bisschen dann sagen, okay, ich gebe mal meine Struktur, die ich in meinem Arbeitsablauf ein bisschen mal habe, die lade ich hoch. Meine Anforderungsprofile, gute Beispiele, meine Leitfäden, meine Muster lade ich, gebe ich der KI mal. Und dann wird es auch schon besser, weil die KI dann weiß, was ihr wollt. Und wenn ihr das dann noch paart mit meinem, genau den goldenen Richter-Prompt-Regel, aufgebauten, ja, Kontext, Thema, Problem und so weiter entsprechend ausdifferenzierten Prompt, dann kriegt ihr richtig gute Ergebnisse. Ich bin gespannt, hier sind die ganzen Anlagen und viel Spaß und freue mich auf die Ergebnisse am Mittwoch. Bitte vorher ab schon mal hier anfangen zu diskutieren und schon mal Likes einholen von den anderen oder auch Rückmeldungen. Darum geht es hier. Wir wollen hier einfach weiterkommen und lernen, wie das Ganze funktioniert. Ich gebe euch die Möglichkeit. Bei richterstimmer.com einfach registrieren, wenn ihr es noch nicht seid und weitersagen. Sagt es auch anderen, dass ihr hier so richtig Inhalt, richtig Content und richtig Mehrwert bekommen. Wir brauchen gerne immer noch ein paar mehr Stimmen. Dankeschön und bis Mittwoch, 18 Uhr.